Seitheben mit der Kürzhantel wird extrem oft falsch ausgeführt. Manchmal sieht man den Fehler direkt, aber oftmals fällt einem jahrelang nicht auf. Wenn deine seitliche Schulter endlich explodieren soll, wie bei mir, dann musst du dein Arbeitsgewicht halbieren und jetzt ganz genau bis zum Schluss aufpassen. Du kannst Seitheben mit der Kürzhantel in verschiedenen Varianten ausführen. Im Stehen, Sitzen auf der Bank, mit dem Kopf angelehnt oder angelehnt an eine Schrägbank. Für ein maximal stabiles Setup würde ich dir immer eine angelehnte Variante empfehlen. Am praktischsten ist es einfach, eine Schrägbank auf die zweitsteilste Stufe zu stellen, sodass sie leicht schräg ist. Dann lehnst du dich gegen die Schrägbank, sodass dein Oberkörper leicht schräg ist. Anschließend winkelst du deine Arme leicht an und lässt sie während der kompletten Bewegung so. Achte genauestens darauf, dass sich deine Arme auf keinen Fall zu stark beugen. Hebe die Arme als nächstes nicht seitlich und auch nicht frontal nach oben, sondern ungefähr am 30-45 Grad Winkel, also etwas schräg zur Seite. Dabei reicht es völlig aus, die Arme horizontal weit nach oben zu heben. Alles darüber ist unnötig und bringt dir keinen zusätzlichen Vorteil. Beim Ablassen der Kürzhantel wird oftmals die Negative nicht kontrolliert, da das aber mit der wichtigste Teil der Bewegung ist, solltest du die Negative besonders kontrollieren. Je näher du ans Muskelversagen kommst, desto schwieriger wird es auch, die Kürzhantel ganz nach oben zu heben. Optional kannst du deswegen noch